Halli hallo liebe Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spielen wir Super Mario Maker 2 mit Zombey und Maudado. Viel Spaß bei dem Video. Guy im Mutant Park von... Nice. Ja, von? Einen Menschen. Yo. Let's go. Zombey stellt gerade irgendwas um. Wir sind hier. Herzlich willkommen. Wir sind Super Mario Maker. Hi. Zombey stellt gerade sein Leg Switch weg. Easy. Easy Teamarbeit. Wir müssen das Level nicht spielen. Okay, ich mach alles. Ich glaub wir sind auch richtig. Ja Teamarbeit mich mal... Oh du musst mit hoch. Fuck. Ist hier gut. Warte. Ich hol dich. Ich bin zu dumm! So, hi Brüder. Hi. Und jetzt? Ah, wir müssen nochmal den Switch drücken. Lo... Ja, hier hol den Hut, hol den Hut. Du hättest... Okay, jetzt musst du nochmal... Hier musst du nochmal in den Preis laufen. Ja, ja. Und jetzt komm ich vorbei. Hallo! Wollen wir den Zombey noch rausholen? Wir müssen wir leider. Lass dich mal hochheben. Lass dich doch mal... Lass dich doch mal... Drück aber die Scheife da. Ja, er wollte das ja mit mir machen. Da sind doch süße Wölkchen. Jetzt hoch. Jetzt hoch. Ja. Äh, ich wurde geschlagen. Ich geh vor mit dem Helm, damit du nicht verletzt wirst. Bleib hinter mir. Todi. Äh, ich hab gepupst. Da riecht's jetzt komisch. Peak Humor. Ich bin direkt hinter euch. Ich muss ja auch die Zuschauer von Manu ansprechen, wenn er nicht dabei ist. Ah. Äh. 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 Da haben wir halt rausgevortet, weil er immer vorgerannt ist. Äh. Er will eigentlich jedes Mal mitmachen, aber wir lassen ihn nicht. Ja. Außer er zahlt. Aber momentan ist er knapp bei Kasse. Er überlegt sich deswegen auch ein... Charade Shadow Legends Placement oder wie es heißt. Äh. Ja, warte mal. Also ich brauche jetzt... Wir müssen einen Einschalter. Ich brauche blau. So. Ich hab keinen Helm. Es gibt... Ja. Bitte. Genau. Und dann renne ich dir nach links und dann gehe ich einfach weiter. Und... Ja. So. Jetzt kannst du rein. Warte hier. Mit Anlauf. Mit Anlauf. Mit Anlauf. Siehst du mich? Oder weißt du, wie dumm ich bin? Ja. Ich seh dich. Ah, okay. Ich hab dich nicht gesehen. Hallo. Jetzt du, Maudado. Geht nicht. Ich bin da unten eingesperrt ohne Helm. Haha. Das ist ärgerlich. So. Dann in die Instruelle. Same. Äh. Mini... Same? Oh mein Gott! Was hast du gemacht? Alle auf einmal umgebracht. Ja. Und... Feuer. Habe ich getroffen? LOL. First Shot. Was musst du denn treffen? Die Paus. Werden aufgeladen. Achso. Ich kann durch dich schießen. Ja. Müssen wir jetzt auch jeden Paus dreimal treffen? Ne, bis alle weg sind. Tschüss, Nerds. Wow. Tschüss, Nerds. Ich schreibe... Re... Wer ist auf meinem Kopf? Ich glaub ich bin das. Jetzt wo du's sagst. Ne, ich bin... Oder? Ich bin doch Mario, oder? Ja. Ich komm nicht runter, selbst wenn ich nach links geh. Doch, jetzt geh mal nach rechts. Ja. Wir haben's geschafft. Bitte. Dank mir später. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ich hab mich hingeschaut. Ich wollte auch grad sagen, das ist so ein... Das ist so ein Tie-Level... Ich versteh da gar nichts. Ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Deswegen seh ich auch gar nicht, wenn ich da stuck bin. Ey, du hast doch geschafft. Du hast es gelöst. Du hast das Level richtig gut gelöst. Danke. Ich hab überhaupt nicht gecheckt, was los war. Aber es war einfach vorbei. So was nennt man männliche Intuition. Auf normal runtergestellt. War's zu schwer. Guck mal, ich mach... Ne Wasserflasche auf. Ja, stimmt. Ist ja wie... Ist ja wie... Ist ja wie... Ist ja wieder eine Aufnahme von mir. Ja, ist das... Du musst jetzt rein editieren. Ja. Ich arbeite mich mal kurz den After-Effects ein. Du kannst doch Photoshop. Dann haben wir so nen Stock-Image. Geh so richtig billig noch mit... noch mitten im Hintergrund. Ein Stutter-Schock oder wie das heißt. Und dem Copyright-Dings drauf. Ne, ne, ne. Das darf's nicht. Das ist illegal. Darf man das oder darf man's nicht? Also jetzt mal... Auch in Deutschland nicht. Amerika schon. Also selbst wenn die das Copyright drin haben, ist es nicht... Zählt das... Das Wasserzeichen ist ja nur da, damit die erkennen, dass du ein Verbrechen begehst. Ja, ja. Okay, das ergibt Sinn. Aber die könnten theoretisch sagen, ihr dürft das nutzen, wenn ihr das Wasserzeichen drin lasst. Das wäre dann aber auf freiwilliger Basis. Und dann sag ich einfach, die haben das bei mir geschrieben, aber die E-Mail ist abhanden gekommen. 200 IQ. Leute, macht das nicht. Das ist illegal. Ja, in Amerika nicht so diese Free-Use-Regel. Ja, diese... Ja, aber die musst du jetzt hin ergeben. Free-Use, Fair-Use. Ich weiß noch, die ganzen Diskussionen noch vor fünf Jahren auf YouTube mit Fair-Use. Bei jedem Scheiß. Ich finde... Irgendwo finde ich... Aber das gibt's doch zu einem Teil... Ich will zurück. Jetzt habe ich auch eine. Endlich. Zum Teil gibt's das doch auch in Deutschland. Aber halt offensichtlich nicht bei sowas. Das ist ja einfach nur... Nee, nee, nee. Bei sowas nicht. Nur für Bildungssachen gibt's das. Ja, und wenn du... Ich glaube Sachen in einen satirischen Kontext oder... Also wenn du da draußen so ein satirisches Eigenwerk machst, dann darfst du glaube ich... Okay. Gehe ich wieder? Ich will nicht gehen. Bitte Leute. Zumbe! Leute. Ich will doch nur mitspielen. Zumbe! Klaus hat aufgegeben. Nein! Ich war's gar nicht. Es ist ein Fehler bei der... Momodado ist einfach ein komischer Host. Genau, alles klar. Das ist Peer-to-Peer. Gibt's gar keinen Host bei Mario Maker. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, wenn ich so ein Host wäre. Das heißt, es gibt halt wirklich keine Host bei Mario Maker. Also so flüssig wie jetzt war das Spiel noch nie. Alles okay mit deinem Internet, Klaus? Hm... Also hier stehen einige... Junge ist wenig Versögerung. Ja, aber bei uns hat's auch nicht mehr geleckt, als du draußen warst. Vielleicht vertragt ihr euch einfach nicht. Euer Internet vertragt sich nicht. Wir müssen unsere Ports gegenüber öffnen, ne? If you know what I mean. Hast du schon mal nachgeguckt, welche Ports man bei Nintendo öffnen muss? Eins bis eine Million. Die haben einfach alle Ports, die es gibt, hingeschrieben. Das war so dumm. Kommst du voran, Maudad? Warum? Du wirst vorm Ziel stehen. Guckst du mir zu? Ich hab die Eichel davor nie benutzt, ist mein Problem. Ich lerne gerade diese Wandsprünge. Also Leute, ich sehe gerade kein Bild, ne? Ich schreib... Ich kann jetzt nur die Sätze... Oh, ich hab Standbild. Zombie geht auch. Okay, alles klar. Ich kann jetzt nur die Sätze reinschneiden. Nee, wir haben einen Kreis. Wie ihr sagt... Zombie geht. Wie ihr sagt... Ich hab die Eichel noch nie benutzt. Fehler bei den Daten übertragen. Maudadu hat uns beide rausgekickt. Let's go. Das ist so geil. Wenn ich gekickt werde... Oh, ohne Klaus läuft es flüssig. Zombie wird gekickt. Maudadu hat uns beide gekickt. Komm rein bei mir, Klaus. Okay, ich suche einen Raum. Red Hot Castle. Alter. Jausa. Nein. Das kommt davon, wenn Zombie hostet. Hallo? Ich dachte, es gibt hier keinen Host. Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Gibt's auch nicht. Wir kommen aber nicht mal ins Level, Leute. Ja. Das ist die Meta. New Meta. Geil. Wollen wir einfach Scribble in der Folge jetzt weiterspielen? Oh, ne. Okay. Weil wir in der Folge Scribble weiterspielen. Das wär doch mal... Das wär doch mal... Was Neues aus dem Kanal. Eigentlich wär das wirklich cool. Das stimmt. Wenn... Diese Folge verwandelt sich. Das wär wirklich cool. Machen wir, wenn wir disconnecten. Oder wenn wir so schön weiterspielen können. Können wir nicht gucken, ob wir mit drei Leuten da hochkommen. Auch wenn das sinnlos ist, weil es hier direkt nochmal weitergeht. Trocken Pau. Ja. Friss. Paus. Easy. Level ist bisher ganz okay. Echt? Mit den Namen. Ich wollt grad sagen, das Level ist ultra kacke. Hallo? Achso. Ihr geht wegen mir aus oder davon aus, dass es kacke wird. Ja. He died. Hilfe. Schmeiß' es in eine Lava. Hab ich. Oh mein Gott. Hahahaha. Hahahaha. Falsch gespawned. Oh oh. To the left. Okay. Dieser Check-in-Pointe. Check-in-Pointe. Oh, ich bin groß. Wuhuuu. Oh mein Gott, ich bin durch diesen blöden Block zurückgegangen. Tut-tut-ding. Ey. Jawoll. Aufgehalten. Und umgebracht. Wir hatten letztes Mal, Leute, solche Bullet Builds große, die aussahen wie Haie. Sind die neu? Nee. Aber warum benutzt die niemand? Die waren ultrasüß. What do you mean? Meinst du die, die wie Katzen aussehen? Weiß nicht, die waren für mich aus wie Haie. Ich hol's die raus. Oh ne, kann ich wahrscheinlich nicht, weil ich einen hab. Ja. Bitte sehr. Danke. Hehehehe. Ich hör dir auch einen raus. Ich glaub ich könnte, kann ich mir die jetzt nicht holen, weil du meine weggenommen hast? Solltest du. Wir haben hier sogar bohens Paus. Ich hab Mihauser gefunden, Leute. Ja. Wir haben Paus für Mihauser. Was ist das hier für ein Vieh? Ach, das ist im Hintergrund. Ja. Lol, das ist cool. Das erinnert mich an Josches Island. Alles für Pauben kommen? Paut ihn. Ja. Auf einer. Kann ich ihn auf den Boden paunen? Ja. Er ist ja nur irgendwie in der Nähe von ihm. Ist er gerade suizidiert? Ne. Ok. Ne. Macht aber Salto in die Lava. Ja. Sah halt so aus. Hier, hier, hier. Pau ihn. Got him. Mario hat gewonnen. Mario hat gewonnen. Mario hat gewonnen. Mario hat gewonnen. Ja. 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 Ihr müsst laufen. Nein. Geh über mich. Geh über mich. Ah, ich bin in der Mitte. Nein. Duid, die ist in der Mitte. Duid, die ist in der Mitte. Erste an der Flagge und auch noch in der Mitte der Flagge. Also das, das nenne ich mal Skill. Danke Leute. Das bedeutet mir echt viel. War ein gutes Level, Samuel. Danke. Ich glaube das war wirklich das schlechteste Level, was wir heute gespielt haben. Was? Was? Schlechteste? Ich fand das gut. Wie kann man? Ernsthaft? Für den Mjauzer-Level war das voll in Ordnung. Ok. Das war dann Kacke, Klaus. Das ganze Level bis zum Mjauzer war komplett Dogshit. Du bist einfach nur vor ne Wand gelaufen, hast ne Braublock rausgeholt, den aktiviert. Ja, wo ist das Problem? Ja, nice. Was war mit dem Mini-Bock-Boss? Ja, der war... Der hat mir in die Lava geschubst. Der war auch super gut. Ich fand den Boss-Fight, den fand ich gut. Aber ansonsten... Wenn man nur auf Pause gewartet hat, die Mjauzer geworfen hat. Ach, aber wenn man auf Pause wartet und die gegen ne Wand zu werfen, dann ist das ein gutes Design. Auf die musst du aber nicht warten, die waren schon da. Multiplayer versus Racer. Oh, ich nehm, ich nehm blau. Ok. Oh Gott, hoffentlich schaff ich's in der Zeit bis da hoch. Ich nehm grün. Ich nehm grün. Staud. Hab's geschafft. Lol, grün ist bei rot und rot bist bei grün. Wer bin ich? Oh nein. Haben wir das nicht schon mal gespielt? Wer bin ich? Ah, ich bin... Nein, ich bin Luigi. Oh, ich dachte ich bin Mario. Ach du Kacke. Oh. Oh. Alle drei einfach so gewesen. Let's go, Runde 2. Are you ready? Ah, ok. Wollen wir auch machen. 3, 2, 1, rein. Irgendwer war schon drin. Ja. Oh, geil. Oh mein Gott. Ok, ich guck erstmal Zumbay zu, wie man das macht. Ja, man geht ran und dann drückt man zur Seite, oder? Hey, man, das hochrannt! Oh, das ist ja der Superpilz. Cool. Ich spawn jetzt bei wem? Kannst aufhören, bitte so zu lenken. Danke. Danke. Ja, ich bin durch. Was passiert? Was ist los bei dir, Maudato? Warum warst du so lange? Kloster hat mich immer durchgeschoben. Ich weiß, ich hab's gesehen. Ich wollte eigentlich, weil ich klein bin, an dir vorbeilaufen, aber... Ja. Ich weiß, aber ich hab's mal alles geblockt einfach. Warum gab's den Superpilz, wenn man den nicht mehr benutzt hat? Ja, das war ja ein Handicap. Dass du dann nicht einen kleinen durchrennst. Warum kreate ich random Kurses? Ich bin so... Ich bin so random. Ich bin so random. Leute, ich bin so random. Ich bin so ugly. Please like my photo. Welches mächtige Power-Up erwartet uns hier? Es ist ein Stern! Ja, okay. Die Web ist vorbei. Nein, ist sie nicht. Irgendwer ist mir einfach in den Tod gerippt. Warst du das, Klaus? Vielleicht. Ich bin halt voll unterwegs gewesen und dann musst du auf einmal den Power-Block aktivieren. Da ist noch einer gerade runtergesprungen. Ja, ich? Ich wusste ja nicht, dass da ein Abgrund ist. Ja, siehste. So ging's mir auch. Ich bin... Hallo? Hallo? Mach mal was! Mach mal was! Oh Bonobo. Oh. Ich warte am Ziel auf euch. Hallo? Warum? Ich brauch den Bowser-Kill. Gib mir die Blume! Ist er der... Woran bin ich gestorben? Ja. Der Typ macht auf, was er will. Let's go! Ich komm da nicht mehr rein. Hä? Hey Leute. Das Game ist dogshit. Guck, jetzt hast du Maudado ganz schüchtern gemacht. Ne, das war schon immer. Achso. Ach, dann ist ja okay. Ja, ich möchte Maudado ja nicht verändern. Er soll so bleiben, wie er ist. Mit seinen Stärken, aber auch mit seinen Fehlern. Auch wenn die vielleicht manchmal überwiegen. Ich hab nur Fehler. Toll, jetzt bin ich der Uhrensohn, weil ich gesagt hab, die überwiegen. Und dann sagst du, ich hab nur Fehler. Hä? Es ist überhaupt kein Input-Delay gerade da. Ich kann jetzt nicht recht machen. Ja. Ey, jetzt ist alles gut, Maudado. Dann lass es so. Ja. Junge, wie flüssig sich das gerade anfühlt. Ne? Das ist halt toll, wenn das von der einen Sekunde auf die andere auf einmal wechselt. Lass es einfach. Was soll ich lassen? Ja, 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 ja. Ich hab genau gesehen. Oh nein. Jetzt ist... Du solltest es lassen! Ja, er kann sie nicht mehr kaputt machen. Die Lecks sind zurück. Ja. Und jetzt ist er wieder weg. Und dann ist Incent wieder flüssig. Dann kommt wieder ein Leck. Oh! Lass danach einfach mal ein Level zu zweit spielen. Warum sollte das Maudado sein, wenn... Warum sollte das Maudado sein, wenn wir die einzigen sind, die gekickt worden sind? Weil er der Host war. Ja, aber jetzt bist du der Host und wir haben die Lecks auch. Ne. Ja, weil es 4-2-4 ist. Aua. Ihr lacht. Ich bin zu lang fest noch. Ich glaube, man muss den rechten Block drücken. Gut erkannt. Danke. Die anderen beiden hatte ich nämlich schon gedrückt. Ja, bitte. Danke sehr. Ah, Chavis! Das ist das Spannende an Lecks. Man kann schön... Alter, ich habe jedoch gedrückt! Und dann... Nein, nein. Das ist so easy. Oh. Ich bin tot. Mach, 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 mach. Warum ist da eine Blume? Das ist Cheaten. Danke. Hallo, das war meine Blume. Jetzt ist es meine. Kannst du eine neue holen? Danke. Macht's guti, guti, guti. Ja, das ist ärgerlich. Der war er. Der war er, der Luigi. Den schnappe ich mir, den Lümmel. Nein. Mich kriegst du nicht. Das ist wieder Leck frei. Hä? Wo seid ihr hin? Internet. Orange Röhre. Ah, okay. Nein! Nein! Ja! Nein! Nein! Ja! Es hat gebuffert. Action-Buffer. Let's go! So schlimm war es aber wirklich noch nie, oder? Nee, wirklich. Also ich kenne es nur, dass es entweder ultra geleckt hat oder halt die ganze Zeit gleich viel. Aber gerade ist ja ultra variabel. Also es ist wirklich sehr fishy. Oh nein. Nein! Ich hab, ich glaub, somebody hat wirklich so einen Pedal, was er drückt. Wie sonst im Auto. Nein! Alter, okay. Jetzt hat es nicht geleckt. Aber ich war einfach nur zu dumm. Okay, wartet somebody am Ziel oder ist er noch nicht da? Ja. Okay, er wartet. Ja! Komm, Audado, gönn dir. Ja! Danke, Leute! Ich hab meinen eigenen Sieg gefeiert. Schaut bei Klaus vorbei. Tschüss. Ich bin so stolz, Klaus. Danke. Schaut bei mir vorbei. Genau, ich verlinke mich selber in die Beschreibung. Yes! Es hat wahrscheinlich in dem Moment, wo du drücken wolltest, geleckt und bei mir ging es dann wieder. Leute, schaut in die Beschreibung rein. Da bin ich nicht verlinkt, sondern Samir und Maudado. Falls dir der Part gefallen hat, lasst einen Like da und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Klaus ist auf dem Like-Button verlinkt. Oh ja. Kommt drauf und ihr kommt zu ihm. Nach Hause. Zum Essen eingeladen. Oh, was geht? Kommt drauf an. Ich respektier alles. Du musst ja kochen. Ja gut. Nee. Aber der andere muss es ja auch essen. Okay. Aber am liebsten... Pass nicht jedem Zuschauer an. Okay, es wird immer merkwürdiger. Beend die Folge. Okay. Tschüss. Geh, trainees. Das ist alles. Musik.